Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, heute beschäftigen wir uns mit dem Materialzusammenbruch des... ...Materialzusammentrieb des... ...der Stufen für den Abstieg von unserer Villa nach unten ins Tal. Ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Und es wird dunkel. Da verschrecken wir natürlich nicht zurück, aber... ...so. Ja, komm, wir machen noch ein paar Fackeln. Die haben ja momentan Holz genug. Und was also? 56 sollten aber auch reichen. So. Ähm. Können wir den überflüssigen Stuff, den wir nicht brauchen. Das... Ja, Bruchstein nehmen wir ihn heute. Ne, den Bruchstein schmeißen wir da rein. Und das Glas... ...verbauen wir nochmal kurz. ...oder Verschwendnis, je nachdem. Wie er uns gerade ist. Mein Gott, das kann ja nicht wahr sein. So. Alles klar. Ähm. Ähm. Mhm. 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 Das Bett legen. Und jetzt sind wir bereit für den Abstieg. Wir brauchen Stein, Kohle und den ganzen anderen Kram. Ne, halt, stopp. Ähm. Ähm. So. So, das ist doch Marmor hier, ne? Diorit. Ich kann ja mal gucken, wie viel wir von mitnehmen können. Vielleicht reicht's ja doch noch für was. Wir haben ganz schön viele verschiedene Sounds in dem Resource Pack für ne Höhle. Also bisher sieht's gar nicht mal so schlecht aus mit dem Zeug hier. Das sieht doch, weil er leuchtet auch so schön. Und es sieht vor allem noch genauso aus. Oh, hoffentlich kriegen wir davon genug. Weil es sieht genauso aus, wie vorher, wenn man es abgebaut hat. Das wär natürlich richtig schön. Das geil ist ja auch. Ich bin so ein Idiot. Wir haben alles, was man für die Tiefe braucht. Bis auf. Na? Wem ist es aufgefallen? 3, 2, 1. Auflösung kommt. Ein Schwert. Oh, Mann, Sebastian. Was machst du denn? Warum nimmst du denn... Hallo? Warum nimmst du denn kein Schwert mit, sag mal? Gut, dann müssen wir jetzt halt improvisieren. Wieso kann ich mir kein Schwert machen, verrätst du mir das mal? Warum? Kann ich mir kein... Ist doch Bruchstein... Ne, noch nicht. Alles klar. Ich hab hier nämlich nur mal kurz hier nebenbei das Wiki auf. Jetzt sind wir eigentlich top... Oh. Top vorbereitet. So. Und weiter geht's. Okay. 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 Bruchstein. Bruchstein. Wird eigentlich ungern das Wasser hier wegmachen. Ah. Machen wir es einfach so. Da ist noch Zeug. Und Kohle. Awesome. Das ist doch schon mal so wie hier. Yo. Hätte ich nicht gedacht, dass wir an dieser Stelle hier so viel Glück haben mit Materialien. Finde ich gut, dass wir hier angefangen haben, unser Haus zu bauen. Dass man... Also wir bekommen ja echt eigentlich das, was wir brauchen direkt. Was wir haben wollen, eher gesagt. Ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt sag, alles klar, wir wollen jetzt Diamanten haben, glaube ich mal nicht, dass wir jetzt so schnell Diamanten finden werden. Okay. Aber dafür gibt's ja später die Mining-Touren, die wir machen werden. Holler, die Waldfee ist das tief. Und dann kommt es ins Umkehr. Hier wird den die Mining-Touren, Das ist ein kleines Erwartung. Oh. Oh. Okay. Und das ist ein kleines Erwartung. Kommst du wohl? So. Das muss noch mit. Auf jeden Fall. Oh, nice. Natürlich fließt das Wasser jetzt hier rein. Ja, was auch sonst. Na gut, dann müssen wir uns halt so den Abstieg basteln. Guck mal, hier geht es ja schon runter. Eigentlich. War da gerade ein Enderman? Wäre aber nicht so cool. Oh, nee. Erzähl mir doch keines das. Alles hier voll mit dem Zeug. Voll gut. Ja, ja. Ist sein Keks. Solange es kein Mini-Zombie ist, ist alles gut. Die mag ich nicht. Die sind scheiße schnell. So, alles mitnehmen. Kohle kann man eh nie genug haben. So, noch sehen wir genug. Muss man keine Fackel für verschwenden, aber langsam wird, glaube ich, doch ein bisschen zu duster. Kohle, 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 Kohle. Zack. Nimm alles mit. Dä-dä-dä-dä-dä-dä-n. Nimm alles mit. Dä-dä-dä-dä-dä-dä. Oh, schon wieder Kohle gefunden. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Wie weitreichend das auch hier ist. Oh, kaputt. Oh, ist schon unsere letzte Spitzhacke. Ist aber doof. Ah, das sieht doch so aus, als wäre es hier der letzte gewesen. Mein Gott. Langsam reicht es aber hier mit der Kohle. Natürlich, dass ich mich irgendwie beschweren möchte oder so, aber... Deswegen bin ich ja nicht hier. Boah, wie viel das ist? Alles klar. Nee, davon lasse ich mich nie runterschießen. Das ist mein Begehr. Das Objekt der Begierde. Fluchtweg bauen. Guck mal, hier ist schon wieder das Zeug. Ja, so ist das schön. Ach so, genau, in Höhlen, ja, ne. Die älteste Weisheit niemals unter dir abbauen. Habe ich auch schon wieder ein paar Mal nicht gemacht. Okay, da ist Dingens drunter. Drüber. Ich hier, dieser, dieser Kies, genau, der einfach runterrutscht, das ist auch nicht so schön. Boah, ist das eine Macht hier. Ja, ja, die Zombies, mein Gott. Die sind halt da. Ja, ich muss aber sagen, wir haben ganz schön Balls, uns hier mit einer Lederrüstung reinzutrauen nur. Normalerweise habe ich das damals immer so gemacht, nee, unter Eisenrüstung hier rein. Oh, Eisen. Oh, hier hinter ist irgendwo ein Zombie. Na komm. Perfekt. Oh, das war auch schon ein kurzer Spaß. Ja, perfekt, die Folge ist um. So, ich will mal sagen, wir haben einiges... Stopp. Wir haben einiges erreicht, diese Folge, ja, wir sind ziemlich tief gekommen. Ja, und jetzt werden wir uns mal langsam daran schmeißen. Verzeihung. Eine Treppe, ach, eine Treppe, doch, eine Treppe nach unten zu bauen. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei werdet. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss.